Grüß Gott und Willkommen bei SPIRIT. Der italienische Teenager Carlo Acutis war ein Junge mitten aus dem Leben. Er war Fußballfan, spielte Playstation und mochte Actionfilme. Aber da war noch etwas anderes, seine große Liebe zu Jesus Christus. Er ging täglich zur heiligen Messe, liebte die eucharistische Anbetung, betete täglich den Rosenkranz und setzte sich für die Armen und Obdachlosen seiner Umgebung ein. Als Internetfreak legte er bereits mit elf Jahren den wohl weltweit umfangreichsten Internetauftritt über eucharistische Wunder an. Mit 15 Jahren erkrankte er plötzlich an Leukämie und starb 2006 innerhalb weniger Tage. 14 Jahre später wurde er selig gesprochen. Über diesen modernen Seligen für unsere Zeit spreche ich heute mit Pater Michael Geppert aus dem Benediktinerkloster Weltenburg. Herzlich willkommen. Danke. Ja, Herr Pater, der selige Carlo Acutis, seine Lebensgeschichte, die ist spannender als ein Krimi. Aber spannend ist auch, wie Sie auf ihn aufmerksam wurden. Wie war denn das? Das war ein reiner Zufall. Ich habe, wie schon so oft, auf Ischia Urlaub gemacht und bin einer Kirche vorbeigekommen, die ich bis dahin auch nicht kannte und bin hineingegangen und sah dann auf einem Seitenaltar das Foto eines jungen Burschen. Und ich wusste gar nicht, was das soll und habe meinen einheimischen Begleiter gefragt, ob er weiß, was das soll, weil mich das Bild angezogen hat. Da hat er gesagt, er weiß es auch nicht. Es ist vielleicht ein Junge, der tödlich verunglückt ist und dass die Eltern das hingestellt haben, damit für ihn gebetet wird. Also das war so ein Urlaubserlebnis. Sie sind dann nach Hause gefahren. Wie ging es denn dann weiter? Ja, der Nachhauseweg war nicht direkt, sondern ich bin direkt von Ischia aus nach Assisi gefahren. Ich war schon 35 Mal in Assisi. Das zieht mich einfach immer wieder an und habe nicht geahnt, dass Assisi gerade der wichtigste Ort für diesen Jungen gewesen ist, dessen Foto ich zwei Tage vorher in der Kirche gesehen habe. Und dann haben Sie dieses Foto wieder gesehen? Genau. Denn als ich nach Hause kam, wenn ich im Urlaub bin, sammelt sich viel Post an, dann habe ich die durchgeschaut. Und da war auch das Heft Feuer und Licht dabei, wo immer das Interessanteste das Lebensbild Freunde Gottes ist. Und ich schlage das Heft auf und sehe das gleiche Foto wieder, was ich in der Kirche auf Ischia gesehen habe. Und dann habe ich natürlich sofort dieses Lebensbild dieses Jungen verschlungen. Dort auch gelesen, dass er in Assisi beerdigt ist, wo ich schon oft auf dem Friedhof war, weil ich da immer bestimmte Gräber besuche. Ihm also jetzt so nah gewesen bin, ohne etwas davon zu ahnen. Und ich habe dann im Internet nach ihm gesucht, wer überhaupt jetzt über das kurze Lebensbild in der Zeitschrift hinaus er war. Ich habe eine Adresse gefunden, wo es Informationen gibt, habe dort hingeschrieben und war völlig baff, als mir in kürzester Zeit die Mutter dieses Jungen persönlich zurückgeschrieben hat. Und noch dazu geschrieben hat, ach, Sie sind in Weltenburg, da bin ich vor drei Monaten noch mit meiner Familie gewesen. Also Zufälle gibt es ja nicht im Leben, sondern das ist Vorsehung. Und mit der Mutter von Carlo Acutis haben Sie bis heute engen Kontakt, Sie schreiben sich häufig. Aber da lohnt ja mal ein Blick in die Familie, denn der selige Carlo Acutis, der ist nicht vom Himmel gefallen, der ist gar nicht so religiös aufgewachsen, oder? Genau, er ist schon religiös aufgewachsen, aber nicht jetzt durch die eigene Familie. Die Mutter hatte sehr viel mit Künstleragenturen und so zu tun, war auch sehr viel unterwegs. Und sie hat mir vorgestern noch am Telefon gesagt, sie war dreimal im Leben in der Messe, also zur Erstkommunion, dann zur Firmung und zur Hochzeit. Ihr Mann war schon religiöser, weil er durch den Vater polnisch geprägt war. Aber wenn jetzt keiner von der Familie da war, ist er auch nicht zur Kirche gegangen, sodass durch ein polnisches Kindermädchen Carlo also vom Glauben erfahren hat. Und er hat sich da hinein vertieft und hat zum Beispiel dann, wenn die in der Stadt unterwegs waren, die Mutter immer in die Kirchen gezogen. Und hat gesagt, wir können da nicht einfach vorbeigehen, wenn Jesus dort ist. Und die Mutter war einfach verblüfft, was ihr kleiner Sohn da jetzt auf einmal hat. Und sie hat sich dadurch wirklich ansprechen lassen. Also sie hat sich dann auch immer tiefer in den Glauben hineinbegeben und dann auch wieder angefangen zu praktizieren. Also er war ein sehr empfindsamer Junge, der das alles aufgesogen hat, was er da erfahren hat. Wie hat er das denn noch umgesetzt, auch in seiner Umgebung? Also er war einfach auch mal ein guter Mensch, das muss man auch sagen, jetzt unabhängig vom Religiösen. Er kam sehr gut klar mit seinen ganzen Schulkollegen, obwohl vor allem in der höheren Schule, die völlig anders geprägt waren als er selber. Aber er ist immer sehr ordentlich umgegangen. Er war sehr freundlich, hilfsbereit. Er hat also vielen schwächeren Kindern Nachhilfeunterricht gegeben und sich auch nicht abgekapselt. Weil es ist ja manchmal so, dass religiöse Menschen sich dann für die Besseren halten und die anderen mit den Sündern will man nichts zu tun haben. Aber er hat mit denen Fußball gespielt, Theater gespielt. Also er war mittendrin, aber ohne seinen Glauben zu verleugnen. Zu dem hat er immer gestanden. Also mittendrin im Leben ein ganz normaler Junge, bis auf dass er eben dann diese ganz enge Beziehung zu Jesus gesucht hat. Und das zeigte sich ja auch bei seinem Interesse am Internet. Und da ist ja interessant, man kann das nachlesen, auch in diesem Buch hier, das auf dem Tisch steht, er drohte sogar internetsüchtig zu werden, wie so viele heutzutage. Wie ist er denn damit umgegangen? Also er hat schon als Elfjähriger sich in die Computersprache hinein vertieft, die Programmiersprache und war einfach fasziniert von diesem Medium. Und hat natürlich dann auch gemerkt, wenn es zum Beispiel um weltliche Dinge geht, dass das ihn aber auch ablenken kann vom Glauben. Also zum Beispiel auch nicht nur der Computer, auch diese Playstation. Und er hat einfach Vorsätze gefasst, die er eingehalten hat, zum Beispiel pro Woche nur eine Stunde damit zu spielen. Und das ist auch interessant, man hat im Rahmen der Seelischsprechung seinen Computer untersucht, weil man auch wissen wollte, ja, was hat der alles gesurft, das kann man ja alles nachvollziehen. Und dass er wirklich nur auf religiösen Seiten unterwegs war. Also wenn man jetzt an andere Jugendlichen denkt, in was die da alles abgleiten, das war ihm also völlig fremd. Er hat das Mittelcomputer angewendet, um den Glauben für sich und andere zu vertiefen. Und bekannt geworden ist er ja dann als der Erfinder, der Programmierer dieser berühmten Seite über eucharistische Wunder. Wie ist er denn auf den Gedanken gekommen? Also er selber war ganz fasziniert von der Eucharistie. Er wurde zum Beispiel eingeladen mit Verwandten ins Heilige Land zu pilgern und hat das abgelehnt. Und hat gesagt, was soll ich da, wo Jesus vor 2000 Jahren war, wenn Jesus hier in der nächsten Kirche mitten unter uns ist. Und er hat auch als Siebenjähriger ganz intensiv darum gebeten, schon die Frühkommunion zu empfangen, was der noch nicht praktizierenden Familie auch völlig fremd war. Und er hat ja diesen Ausspruch getätigt, die Eucharistie ist meine Autobahn zum Himmel. Also er hat einfach gesehen, Christus kommt zu uns durch das Altarsakrament vom Himmel. Und das ist für uns der Weg zum Himmel zu kommen. Und er hat aber darunter gelitten, dass er gesehen hat, die anderen Menschen juckt das nicht so. Die Kirchen sind leer. Er hat oft Anbetung gehalten. Er ist völlig allein in einer Kirche. Sonntags gehen nur wenige zur Messe. Er hat zum Beispiel auch darunter gelitten, wenn Priester nicht ordentlich zelebriert haben. Wenn die das einfach so runtergerattert haben, was in Italien leider auch beim Rosenkranz so oft der Fall ist. Und er wollte deshalb den Glauben an die Eucharistie anderen nahe bringen. Und hat sich gedacht, weil Jesus hat ja auch Wunder gewirkt zu Lebzeiten, was ihm ja viele folgen ließen. Wir haben ja letzten Sonntag das Evangelium von der Brotvermehrung gehabt. Und die folgten ihm, weil sie seine Zeichen sahen, so sagt Johannes. Und er hat sich gedacht, wenn die Leute heute Zeichen sehen, wie sich die Eucharistie wandelt in diesen Wundern, dann kann er andere Menschen auch zum Altarsakrament führen. Kann man sagen, er war ganz bewusst ein Missionar? Ja, weil er hat auch in der Schule zum Beispiel nicht hinterm Berg gehalten mit seinen Glauben. Das haben also auch die Schulkollegen bezeugt, die jetzt nicht seiner Meinung waren. Er war immer fair, aber er hat immer in der Diskussion also die Lehre der Kirche vertreten. Er hat zum Beispiel festgehalten, dass er der Einzige war in der Klasse, der gegen Abtreibung war. Also er hat auch über diese Dinge sehr leidenschaftlich diskutiert. Und er hat zum Beispiel auch darunter gelitten, über die sexuelle Freizügigkeit seiner Schulkollegen. Und hat also auch denen gesagt, also den Wert der Keuschheit, der Reinheit, mit was die überhaupt nichts anfangen konnten. Aber was die auch so akzeptiert haben, dass er einen anderen Lebensweg geht. Jetzt haben wir ja eben festgestellt, ein ganz normaler Junge einerseits, andererseits auch nicht. Er hatte viele Aktivitäten, er ist auf die Menschen zugegangen. Aber er liebte auch die Stille. Wie hat er das denn umgesetzt, in Einklang gebracht? Also das war zum Beispiel diese Besuche in der Kirche. Für ihn war es zum Beispiel wichtig, jetzt nicht nur die Messe mit zu feiern, sondern sich darauf vorzubereiten. Und auch nach der Messe, nach der Kommunion, Danksagung zu halten. Also das war ihm einfach wichtig, da immer mit Jesus zusammen zu sein. Also das ist quasi wie eine Parallele. Es ist kein Widerspruch, mitten im Leben zu stehen und sich Zeiten der Stille zu nehmen. Das ist ja auch etwas, was Sie als Priester, was eigentlich jeder Christ für sich in Anspruch nehmen könnte. Genau, weil Sie haben auch gesagt, Christ, nicht Katholik, weil ich bin davon fasziniert, wie viele Evangelische es gibt, für die das einfach wichtig ist, diese Zeit der Stille am Tag zu nehmen. Sei es in einer privaten Andacht oder jetzt der Bibellesung oder wie auch immer. Das ist wirklich was, was Leute heute auch anspricht, in einer Welt, die wirklich sehr laut ist, wo man überall berieselt wird von irgendetwas, wo die einfach merken, dass sie so in Beschlag genommen werden, dass sie diese Ausflucht brauchen, um wieder auf das Wesentliche konzentriert zu werden. Und dann gibt es noch etwas, was auffällt und sicherlich ungewöhnlich ist für einen jungen Menschen wie Carlo Acutis. Er ging wöchentlich zur Beichte. Wie hat er das gesehen in seinen jungen Jahren, dieses Sakrament, was ja doch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist? Er war also sehr fasziniert von den Erscheinungen von Fatima und hat sich auch mit dem Leben der beiden Seherkinder sehr intensiv befasst. Er hat ja nicht nur diese Ausstellung über eucharistische Wunder konzipiert, sondern auch über die anerkannten Marienerscheinungen. Und die Kinder berichten ja, dass ihnen die Hölle gezeigt wurde. Und das hat ihn so abgeschreckt, dass es diese Möglichkeit gibt, verloren zu gehen, dass er schon als junger Mensch alles dran gesetzt hat, wirklich immer in Reinheit vor Gott zu leben. Und da war für ihn einfach die wöchentliche Beichte dran. Und er hat das mit einem schönen Bild erklärt. Ein Ballon kann nur steigen, wenn Ballast abgeworfen wird. Und er hat gesagt, die Sünden sind das, was uns nach unten zieht. Und damit wir Gott entgegenkommen können, müssen wir den Ballast abwerfen, also die Sünden zur Beichte bringen, damit wir wieder ein leichtes, reines Herz haben, das auf Gott zugeht. Es gibt ein schönes Zitat von ihm über die Gottesmutter Maria, das seine Verehrung ausdrückt. Wie hat er sie gesehen? Er hat gesagt, die einzige Frau in meinem Leben ist die Jungfrau Maria. Ja, ich war etwas baff bei dem Gedanken, was sich meine Mutter, seine Mutter wohl dabei gedacht hat, die ja auch sehr wichtig ist. Aber er war ein ganz intensiver Marienverehrer. Das hat nicht nur dieses Kindermädchen aus Polen ihm in die Wiege gelegt, sondern auch seine Verwandtschaften Süditalien, wo er immer die Ferien verbracht hat, die besonders die Rosenkranzkönigin in Pompeji verehrt haben. Und dadurch ist bei ihm diese Liebe zur Gottesmutter gewachsen, die sich zum Beispiel auch ausdrückt, dass er jeden Tag nicht nur die Messe besucht hat, sondern auch den Rosenkranz gebetet hat. Hatte er denn Vorbilder im Glauben, seien es heilige oder auch lebende Personen? Ja, weil ich habe ja schon die Seherkinder von Fatima genannt und seine wichtigste Stadt wurde dann Assisi. Die Eltern hatten dort ein Ferienhaus und dort hat er sich natürlich intensiv mit dem heiligen Franziskus beschäftigen können. Und die Mutter sagt auch, er ist ihr Familienpatron geworden. Das heißt, diese Franziskus-Verehrung ist jetzt nicht nur beim kleinen Carlo gewesen, sondern auch übergegangen auf die ganze Familie. Und dadurch, dass er sich auch mit dem Leben vieler Heiliger beschäftigt hat, war ihm das ganz wichtig, diese Freunde Gottes im Himmel zu haben. Besonders auch die Schutzengel. Und er hatte auch ein besonderes Verhältnis zum Erzinger Michael. Er wollte auch immer wieder diese Grotte im Gargano besuchen, den Monte Sant'Angelo, wo auch Pater Pio immer Menschen hingeschickt hatte. Und ich glaube, er wollte sogar alle die Städten besuchen, wo diese eucharistischen Wunder stattgefunden haben. Das ist ja auch sehr interessant und zeigt, wie sehr er da mitgelebt hat. Das mussten seine Eltern ihm versprechen, dass sie diese Städten mit ihm besuchen. Das ist natürlich aufgrund des kurzen Lebens dann nicht mehr möglich. Ganz genau. Ich wollte gerade sagen, er hatte viel vor in seinem jungen Leben. Und dann ist etwas passiert, was natürlich keiner vorhersehen konnte. Er erkrankte im Jahr 2006 an Leukämie, an einer unheilbaren Form. Wie hat er diese Krankheit angenommen? Er hat irgendwie gespürt, dass das jetzt sein Ende ist. Es gibt auch ein kurzes Video von ihm, wo er seinen Tod angedeutet hat in dem Jahr, wo er noch bei bester Gesundheit war. Und als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, man dachte erst nur, er hat eine Grippe. Aber ein Arzt hat gleich rausgekriegt, in was für eine Richtung das gehen wird. Er hat seinen Eltern auch gesagt, dass er diese Schwelle nicht mehr zurück übertreten wird. Und er hat Gott diese Krankheit aufgeopfert. Also er hat gesagt, er opfert sie auf für die Kirche und für den Papst. Und da sind ja dann auch noch ganz interessante Dinge passiert, auf die wir jetzt kurz eingehen wollen. Er war dann in einem ganz bestimmten Krankenhaus und das war auch alles kein Zufall, sondern man kann ihm nachhinein nur sagen, dass das eine Vorsehung war. Wie war denn das so in den letzten Tagen? Was ist denn da zueinander gekommen? Ja, das war ganz eigenartig. Er hat, das war ein Brauch dort in Mailand, immer zu Silvester einen Jahresheiligen gezogen. Und er hatte fast immer die heilige Familie oder die Mutter Gottes und hat in diesem Jahr, ich muss gestehen, ich habe den Namen nicht behalten, auch einen mir völlig unbekannten Seligen gezogen. Und dann kam raus später, dass er mit diesem Krankenhaus in Verbindung stand und dort auch sein Grab gewesen ist, dieser Selige. Und das war natürlich überhaupt nicht vorauszusehen, dass er mit diesem Seligen in dem Jahr, wo er ihn gezogen hat, als Jahresheiligen in dieser Weise in Berührung gekommen ist. Und noch etwas ist passiert, gegen Ende seines Lebens hatte seine Mutter einen Traum, der vielleicht auch für viele Menschen von heute ein Trost sein kann. Was hat sie geträumt? Sie hatte zwei Träume. Der eine war in der Zeit kurz vor seinem Tod im Krankenhaus. Da hat sie vom heiligen Franziskus geträumt, der ihr gesagt hat, dass ihr Sohn in der Kirche etwas ganz Besonderes sein wird. Und nach dem Tod vom Carlo hat sie gesehen im Traum, wie ihr eigener Sohn zu ihr kommt und ihr vorhergesagt hat, dass er selig gesprochen wird und wenige Jahre später auch heilig gesprochen wird. Nun war, gut, Carlo hatte eine gewisse Popularität durch seine Internetseite, aber dann ist ja was Interessantes passiert. Es setzte eine Verehrung ein, Sie haben das schon von Ischia erzählt. Wie kam denn das, dass die Menschen auf einmal zu seinem Grab strömten und vollkommen ergriffen waren von dem Leben dieses jungen Menschen? Das begann schon am Beerdigungstag. Also die Mutter hat mir vorgestern noch gesagt, was sich für Wunder da schon ereignet hatten. Eine krebskranke Frau ist an dem Tag dann geheilt worden. Eine Mitschülerin, die nie mit Kirche etwas zu tun hatte, hat sich da entschlossen, sich jetzt Gott zuzuwenden und anderes mehr. Und da ist ja auch erst bekannt geworden, zum Beispiel sein Apostolat unter Obdachlosen, unter Asylanten, was selbst die Familie nicht wusste, dass er denen etwas zu essen bringt, dass er mit denen gesprochen hat, dass er vom Taschengeld zum Beispiel einem einen Schlafsack gekauft hat. Und da kamen so viele Menschen und haben dann Zeugnis gegeben, auch der Mutter gegenüber, dass diese Verehrung sich immer mehr verbreitet hat. Und worüber ich erstaunt war, wie schnell das über die Kontinente ging, als ich eben dann im Internet gesucht habe nach Carlo Acutis. Auf die meisten Zeugnisse bin ich in Südamerika gestoßen. Also dort hat man schon Oratorien, Schulen, Jugendhäuser nach Carlo benannt, wo ich hier in Deutschland, muss ich gestehen, von ihm noch nie etwas gehört hatte. Ja, und ja, das spricht natürlich auch für diese Länder, wo das katholische Leben noch ein bisschen lebendiger ist. Und ja, wir haben darüber gesprochen, der selige Carlo Acutis, ein Seliger, ein Heiliger vielleicht bald für diese Zeit, weil er auch aus dieser Zeit kommt, als Seliger des Internets verehrt wird. Aber man könnte ihn genauso gut als Seligen oder Patronen der trauernden Mütter verehren. Das wird auch in diesem Buch hier schön dargelegt. Warum? Es ist ja so, er war ein Einzelkind und mit seinem jungen Tod haben ja die Eltern ihr einziges Kind verloren. Und das ist ganz erstaunlich, die Mutter war ja dann schon 44 Jahre alt, als sie auf einmal schwanger wurde und dann Zwillinge bekommen hat. Also so wie Jesus einmal gesagt hat, dass die, die alles verlassen und ihm nachfolgen, im Himmel reichlich belohnt werden, aber auch schon auf Erden, wurde der Familie dann tatsächlich zwei Kinder neu geschenkt. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Sie haben ja sicherlich schon oft erzählt vom Carlo Acutis und auch sicherlich bei jungen Menschen, die ja doch nicht immer so leicht zugänglich sind für den Glauben. Wie reagieren die denn auf ein solches Beispiel, der auch einer von Ihnen sein könnte? Mit Jugendlichen habe ich leider aktuell weniger Kontakt. Ich bin jetzt nicht mehr in der Pfarrseelsorge. Aber ich merke eben, wie Carlo Grat von Müttern und Großeltern angesprochen wird und höre auch interessante Zeugnisse. Bei uns war jetzt vor zwei Wochen ein Palutiner eine Woche mit einer Pilgergruppe im Haus und erzählte von einem jungen Mann, der zufällig zur Seelessprechung gerade in Assisi war. Und den hat das so angesprochen, er war dann dabei, dass er dann den Entschluss gefasst hat, Priester zu werden. Also das sind einfach Zeugnisse, wo man überhaupt nicht ahnt, wie Carlo da wirkt. Und Carlo war ein sehr spiritueller Mensch mit tiefen Gedanken. Es gibt viele Sprüche, Aphorismen, die von ihm überliefert sind. Und einer lautet, ich zitiere ihn mal in seinen letzten Lebenstagen, Ich bin glücklich zu sterben, weil ich mein Leben gelebt habe, ohne auch nur eine Minute davon für etwas zu verschwenden, das Gott nicht gefällt. Frage an Sie als Priester, ist dies das Geheimnis von Mission, von Christsein überhaupt? Ja, weil das ist zum Beispiel in unserem Orden ganz tief grundgelegt. Der heilige Benedikt schreibt also, der Liebe zu Christus soll nichts vorgezogen werden. Und an anderer Stelle dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden, was ja beides zusammengehört. Und das sind ja eigentlich die beiden Angelpunkte im Leben von Carlo. Einerseits diese Nächstenliebe, wie er sich den anderen hingibt. Und das andere, das Leben im Gebet und den Sakramenten. Und letztlich das, was unser Motto als Benediktiner ausmacht, auf das Gott in allem verherrlicht werde, oder auch bei den Jesuiten alles zur größeren Ehre Gottes, das ist eigentlich das, was Carlo geprägt hat. Die tiefsten Geheimnisse des Glaubens sind oft ganz einfacher Natur. Auch Jesus Christus hat ja ganz einfache Worte gefunden, um die Menschen zu sich zu ziehen. Und das ist vielleicht auch so ein Charakteristikum der Heiligen. Und das finden wir auch beim seligen Carlo Acutis. Er hat sogar einen Leitfaden zur Heiligkeit niedergeschrieben, also einen Weg zur Heiligkeit. Wie lautet denn der? Das sind acht Punkte, die er zusammengestellt hat, die er selber gelebt hat und anderen nahe bringen wollen. Erstens, du musst die Heiligkeit aus ganzem Herzen wünschen. Und wenn die Sehnsucht noch nicht in deinem Herzen erwacht ist, musst du den Herrn inständig darum bitten. Zweitens, geh jeden Tag zur Heiligen Messe und empfange die Heilige Kommunion. Drittens, denke daran, jeden Tag den Rosenkranz zu beten. Viertens, lies jeden Tag einen Abschnitt der Heiligen Schrift. Fünftens, wenn es möglich ist, halte einige Momente eucharistische Anbetung vor dem Altar, wo Jesus wirklich gegenwärtig ist. Sechstens, versuche jede Woche zur Beichte zu gehen, auch wenn du nur lässliche Sünden hast. Siebtens, lege Fürbitte ein und schenke Jesus und Maria Blumen in Form von Opfern und guten Taten, um anderen zu helfen. Achtens, bitte deinen heiligen Schutzengel, dir beständig zu helfen. Er soll dein bester Freund werden. Ja, vielen Dank, Pater Gebhardt, für Ihren Besuch und für Ihre Einblicke in das Leben eines Seligen, der aus unserer Zeit stammt, in unsere Zeit hineinwirkt und uns sicherlich noch weiter beschäftigen wird. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, Papst Benedikt XVI. sagte einmal über das Wirken des Völkerapostels Paulus, dass der Erfolg seines Apostolats nur durch das persönliche Engagement und seine totale Hingabe an Christus zu erklären sei. Und das gilt auch heute noch im 21. Jahrhundert, wie das Beispiel des seligen Carlo Acutis zeigt. Das war Spirit, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Einen Glaubenskompass über Carlo Acutis aus der gleichnamigen Faltblattreihe können Sie unentgeltlich bei Kirche in Not bestellen. www.glaubenskompass.de www.glaubenskompass.de